so freunde willkommen zurück zu einem neuen video und heute teste ich einfach mal so little dings bums an warte mal sprache deutsch dass die lautstärke oh ja das lautstärke alles hoch hier check und deutsch und das normalerweise nicht so also das war schon ich kann ja gar nicht die auflösung also einstellen alles klar spiel ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie war immer noch schnell im Schlaf und ich musste es so halten, oder so für die Konsequenzen. Kräckige Floerbücher haben gesagt, dass das einfachste, um sich zu verabschieden, ein wenig Ingenierigkeit zu brauchen. Meine Stücke sind nahe, aber ich muss meine Stücke aufzunehmen. Das war nicht mein erstes Rodeo. Warte mal. Da muss ich mich hier alles einsetzen. Mal testen. So, ähm. Ich soll erst meine Hose anziehen. Wo ist denn meine Hose? Da. So, was hat er gesagt? Ich hab nicht aufgepasst. Ach so. Knapp aus der Reichweite. Was haben wir denn sonst noch hier? Was ist denn das hier? Okay. Okay. Gut speichert. Okay. Ich möchte weckeln. Okay. Imd. Ah, Stock. Ah, cool. So. Stock. Weckeln. Wir benutzen mit Hose. Sandwich? Gib. Und. Okay, kann ich jetzt die Schuhe anziehen? Check. Abgehakt. Und jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Hä? Wie du bist nicht angezogen? Was fehlt denn dir noch? Ach, der Pullover. Was habe ich denn sonst am Start hier? Stock oder Sandwich? Ich kann nichts über den Schuhe anziehen, während Lilly es noch klingelt. Er hätte die andere halbe von diesem Schuhe anziehen müssen. Auch mit dem Schuhe. Ich kann mich so weit erreichen. Mit dem Hund? Ich habe meine Schuhe von Lilly's Klingeln, aber ich war immer noch nicht ausreichend. Oh, das war schon Reischweite. Hm. Auch mit dem Schuhe. Ich kann so weit erreichen. Ich kann hier sonst nichts anklicken. Sandwich. Ich sollte nicht die Schuhe anklicken können, richtig? Ja. Er wird nicht nur mich einfach nehmen lassen. Aber vielleicht wäre er interessiert in einem Schuhe. Das Hand in einem Klausch gegen Stock. Okay, das war es. Ich baue es hier. Und dann kann er über die Dinge gehen, oder was? Ich bin in einer geringen Stadt. Vielleicht finde ich jemanden, der will mich aufzuhören. Vielleicht finde ich jemanden, der will mich aufzuhören. Aber erstens habe ich ein paar Dinge, die mir vorzuhören. I think you relocated. So you won't be responsible for waking Lily. You and me both, buddy. I should not know. The one from the wall by the fire. For now at least. I'd recently made Lily a small wooden sword so she'd have something else to swing around. Tür, Leiter, Leiter? Was war denn da oben? Achso, oben ist das Schlafding ist von uns. Vordergarten, Küchenschrank. Brauchen wir nicht. Also hier ist der Vordergarten, was haben wir hier? Arthurs Zimmer. Gucken wir da mal rein. Achso, das ist das Zimmer vom Vater. Okay, Arthurs Maschine. Dad hat seinen eigenen Generator für Power's Workshop gemacht. Wie mit seinen anderen Inventionen, hat er einfach nicht zu erklären, wie es funktioniert. Es sieht, als ob es etwas missen, aber ich habe nicht herausgefunden, was. Trichter. H2O. Steckplatz. Der Funnel ist laut, für Kohlen zu beendet. Es sieht, als ob etwas wichtiges zu gehen sollte, in der Schlot. Okay, also ich gehe mal davon aus, oben muss ich Wasser reinfüllen? Und da oben ist eine Karte oder so. Aha. LBS, Omschalter. Ach du je. Weiß doch kein Mensch. So, ich gehe mal. Lilly lefte ein Fuzzlepuff hier ein paar Jahre lang, mit Strict Instructions, um ihn sofort zu beendet, wenn er sieht, unser Grandfather. Ich habe nicht wirklich zu denken, woher mein Vater hat die Maske oder warum er will. Ich bin ziemlich sicher, dass ich es zu gutem Benutzen kann. Okay, check. Dad hat seine Jacke hinterlassen. Manchmal hat seine Arbeit gemacht, würde ihn vergessen, die kleine Dinge, wie mit einer Jacke, oder zu essen. Es sieht, wie er riefelt durch seine Belohnungen in einem hurry. Either das, oder Lilly habe in der Suche für clues. Die Roterbläde der Dads Transmitter waren visible von seiner Bedrohung. Ich muss sagen, dass einige von Dads inventions wirklich inspiriert wurden. Ha! Oha! So, dann haben wir hier alles abgecheckt. Oh, da oben ist noch eine Lampe. Kurz nachdem er aus seiner Position an der Hydro-Elektrischen-Powerstation hat Dad ein paar Lichtbeläste in seinem Raum gelegt. Sie wurden mit einer Maschine verbunden, die sehr komplex war, für den Grund, um ein paar Lichtbeläste zu powerieren. Oh, da oben ist das. Es war der Idee der Dads hobbies zu legen, die die Memorialstöne nach dem Wald. Und er war in seinem Lieblings-Werr Platz für ein Picnic. Begez um die Lillie's willfulness, es hat oft sehr leichter Anstrengung auf seine Kreativität als sie ihn ausfassbar machen. In diesem Fall der Gnome war ein Spy, der informiert mich, wenn Lilly wanderte zu weit von der Haus. Mein Vater hatte die Noten, um die Farbe zu verbringern, wenn er diesen Job verlassen hat. Aber er konnte nie die Zeichen hinter ihm verlassen. Strangere Licht? Nein, das ist ein Paket für meinen Vater. Arthur, das ist der letzte von den kleinen Crystallern. Ich hoffe, dass es das wert ist, für deinen Job zu verdienen. Ich bin immer noch die ganze Noten zu glauben. Ich bin froh, um ein Trip zu deinem Haus zu sehen, mit meinen eigenen Augen zu sehen. Aber das Gefühl, dass du den Generator in deinem Bett in deinem Bett ist ziemlich entsetzlich, zu sagen. Wenn du was über die Lesser Crystallern sagen sagst, dann kann ich was passieren, wenn diese Firma beginnt zu experimentieren über die große. Es ist immer sicher für heute, aber ich glaube, dass es nicht möglich sein wird, dass es hier nicht möglich sein wird, ohne jemanden zu bemerken. Given die effekte Ergebnisse der eigenen Erfahrungen zu sehen, es ist möglich, dass sie zu hören werden. Aber es ist eher sicher, dass sie nichts anderes als der Potenzial für profit. Für jetzt werde ich mein Bestes zu verhindern, ihre Forschung zu verhindern. Bleiben sicher, mein Freund. Nina. Ja. Ein wunderschönes Crystall war natürlich wichtig für meinen Vater. Ich konnte mir nicht helfen, ob ich nichts zu tun hatte, wenn ich weggegangen bin. Ich habe ein kleines Snooking herum gemacht. Okay. So. Weg in die Stadt. Aber nicht ohne Fahrrad, oder? Wie geht es nun? Okay. Mein vertrauter Bicycle war mein Hauptmethod des Transportes und definitiv nicht mehr Modifikationen braucht. Außer, was mein Vater gesagt hat. Mein vertrauter Bicycle war definitiv nicht mehr... Hm. Dann nicht. Gut. Also müssen wir doch zu Fuß gehen. Jetzt, dass ich einen Weg in meinem Vater hatte, konnte ich definitiv nicht weg. Hä? Eine Spur zu seinem Vater gefunden habe mit dem Crystall. Soll ich den jetzt ins Zimmer legen, oder was? Ich kann auch doppelklicken, dann geht der schnell rein. Okay. Ich brauche ja auch eigentlich Wasser. Wo soll ich denn das Wasser herholen, hier? Verdammt. Ähm. Tja, 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 tja. Okay, das hatten wir schon. Dann gehen wir mal hier rein nochmal. Ich kann nicht jetzt mit dem... ...Cistall irgendwas machen. Ich habe es besser als... Let's see. Hm. Es passt. Huh? Es ist... Gläubig. Das Label auf der Seite indikete den Weg zum Crystall. Okay, der zeigt mir hier das Gewicht an. Okay, was mache ich jetzt? 3, okay. Du meinst zurück. Also, stellen wir das... Ach, LBS auf 3. Ah. Aha. Okay, müssen wir auf 4 stellen. So, und dann? Notizblock. Die Note indiketen, dass das Wasser durch den Funnel aufbauen könnte. Ich glaube, die Maschine würde nicht ohne Kohlen. Okay. Hm. Rechts her. Aber ne, der ist ja leer. Ich brauche erstmal Wasser. Hier habe ich auch keine Ahnung. Also, ich muss was. So, warte mal. Wenn ich danach gehe. 4. 3. 3. So. Ja. Hm. H2o. Eins fehlt mir. Ah, ne. Hm. Doch nicht. Hä? Wir brauchen auf jeden Fall Wasser irgendwoher. Aber wo? Maske. Wasser. Ich habe jetzt auch keinen Wasserhahn gesehen oder so. Möchte ich die Maske aufziehen? Hm. Ja. Okay, also irgendwo müssen wir Wasser finden. Ich sehe hier nichts. Ich sehe auch nichts, wo ich hin könnte. Kann ich jetzt in die Stadt? Nee. Hast du irgendwas übersehen hier mit dem Wasser? Vielleicht in einem Kessel? Nee. Ich sehe aber auch keinen Wasserhahn hier. Das gibt es doch nicht. Ich kann ja auch nichts damit verbinden. Ich kann ja auch nichts damit verbinden mit meinem. Leeren Krug. Wo soll ich ihn denn? Geht nichts. Ist ja seltsam. Jamai. Schon am Anfang direkt scheitern. Gibt es hier kein Info-Panel oder so? Erstmal hier will ich das Licht anmachen. Ich muss es sagen. Einige von Dads Inventions wurden wirklich inspiriert. Die Maschine. Rotorblätter. Das sagt mir jetzt mal hier gar nichts, du. Die Maschine. Ja. Solange ich kein Wasser habe, kann ich es nicht kühlen. Ist nicht wie. In die Stadt komme ich auch nicht. Hoch komme ich auch nicht. Ich habe doch schon alles durchgeklickert. Hoch komme ich nicht raus. Aha. Was ist denn das hier? Ach man ey. Kann ja hier rumlaufen. Bild. Okay. So. Trittleiter. Der ist kompakt. Der ist kompakt. Der ist kompakt. Das ist so eine große Idee. Ich bin nicht sicher warum ich ihn nicht ausfahre. Krass. Und mal eine Tartentür für hinten in den Garten. Finden wir bestimmt doch irgendwo. Das ist was. hier ist eigentlich so ein wasserpumpding aber man da wird schon ein wasser kriegen stimmt dann holen wir doch mal unsere kanne und füllen die hier dann auf was schweres hier ist stumpf nehmt ihn nicht auf schuppen schuppen ok dann warte mal ich habe keine Ahnung manchmal denke ich habe meine schuppen rein das ist doch nicht euer ernst dann stehe ich mit aufhebeln aha dann rein da in die gute stube was haben wir denn jetzt hier heugabbel ok check ist schalter ok was haben wir hier ich sehe Wir haben noch ein weiteres Impression von Ingenieuren gehabt. Aha, Hammer. So. Check. Haben wir das auch? Vielleicht kann ich das da oben... Aber warum sollte ich das da oben runter holen? Brauche ich ja nicht. So, dann gehen wir mal hier zurück. So, machen wir mal wieder ins Haus und dann gucken wir mal, ob wir jetzt schlauer werden hier mit dem Ding. So, gehen wir mal zur schönen Maschine. Kipp mir mal das Wasser da rein. Okay. Jetzt ist hier ein... Ah, Viert ist da. So, jetzt muss ich hier oben was ausrechnen oder was? Ah, die Frage ist ja... Hm, in welche Richtung? Vier, vier sind das. Trotzdem hier. Vier. Drei. Herr LBS auf eins auf einmal. Eins. So, ähm... Wasser ist drinne, check. Soll ich das jetzt hier ausrechnen oder was? Fleisch, K, A. Vier, Pi, Dingsbums, irgendwas, vier. Hm. Wo soll ich denn das wissen? Oder geht das in die Richtung? Warte mal. Also, vier. Drei. Eins. Die Frage ist ja, wo eins ist, ne? Oben oder unten. Vier. Hm, ne, auch nicht. Ja, wie soll ich denn das herausfinden, Mann? Die Noten haben indikatoriert, dass das Wasser durch den Funnel aufbauen könnte. Ich versuchte, die Maschine würde nicht ohne Kühlschrank funktionieren. Die ganze Wand war in der Schrift. Hm. Ach, da ist noch eine Zahl. Okay, warte mal. Also. Vier. Drei. Fünf. Oh. Hier ist aber... Ne, fünf, hä? Mann, ey. Eins. Das funktioniert so nicht. Wie soll ich denn den Code, wie soll ich denn den Code hier rausfinden? Hm. Vier Dinger. Fünf. Fünf. Aber. Puh. Was ist denn das Wissen? Fragezeichen. Ach, hier sind ja so noch weitere Sachen. Mit der Maschineernigen Kraft? Da war ein Sieg auf der Wand da, die plasteren ist bl sharp. Maher obligations verletztene, durch die Licht der Bülbel, die Sonne war schwarzt durch die Sonne. Ach so? Das scratch. Ich muss mich nur sagen, dass die Ofen der Vater sehr inspiriert waren. Aha. Dad hatte ein Wissen auf den Karten, auf was Euch in der Zeit war. Blim-Versehen, er hat versucht, dass ich es nicht versagt. Er sollte erinnern, dass ich es nicht einschränkt. Er sollte sich erinnern, das gibt, das Beispiel. Aber was für... Ich sehe es ja nicht. Kannst du mir das mal zeigen? Ha? Okay. Also. 3, 2 und so weiter und so fort. 3, 2, zack, zack, zack. Was ich getan habe, hat die Maschine im Hintergrund zu powern. Jetzt machen wir die Funsel an. So, kannst du nicht öffnen, ne? Okay. Ist das da? Ja, das war ja klar. Aber dafür haben wir ja die Leiter dabei. So. Okay. Oh. Jetzt hol mal was mit. Schlüsselloch. Es war ein kleines Kiehöl. Aber wie viele von Dads Geräte war, die Grunde war weit von offenbar. Die Maschine scheint mir zu warten, um etwas zu warten. Hm. Geht's hier noch weiter? Ich kann aber nicht da rein, ne? Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich habe jetzt auch nichts großem Inventar, also die Redbox sitzen. Nichts. Hinweis. So, das hatten wir ja. Verwende die Maske, um Dugel zu erschrecken. Was soll ich jetzt machen oder was? Okay. Wir lassen das Licht mal an. Oh. 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 In Oh. 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 Uh huh. ich hier klicken. So ist das. Ach, wie hat er angefangen? So. 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 Und dann den Kopfstand. So. 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 Und dann den Kopfstand. Ah. Der Schlüssel ist wahrscheinlich für diese mysteriöse Box. So. 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 So.